Weißt du, wie dieses Bild heißt und wer es gemalt hat? Drei Frauen in der Kirche ist ein Ölgemälde des deutschen realistischen Malers Wilhelm Leipel aus dem Jahr 1881, das sich in der Sammlung der Kunsthalle Hamburg befindet. Das Gemälde heißt Drei Frauen in der Kirche und ist ein Bild von Wilhelm Leipel. Das Ölgemälde auf Mahagoniholz ist 113 Multiplikationszeichen 77 Zentimeter groß und stellt drei Bäuerinnen unterschiedlichen Alters in Miesbacher Gebirgstracht dar, die betend und lesend auf einer Kirchenbank sitzen.